Musik Blau und Weiß, wie lieb ich dich? Blau und Weiß, verlass mich nicht! Blau und Weiß ist ja nicht mehr... Wenn der Nikolaus bei uns zu Besuch ist und das Vereinslied anstimmt, kann doch nur die Knappen-Kids-Weihnachtsfeier sein. Der Nikolaus ist da, Erwin ist auch da, da fehlt doch nur noch der Profi, Leeroy Sané. Und was hat der gemacht? Hast du Autogramme von dem? Der hat gequatscht. Der hat gequatscht? Der hat gequatscht. Da hat der kleine Mika natürlich recht. Aber nicht nur. Leeroy Sané hat natürlich auch hunderte von Autogrammen geschrieben und Selfies geschossen und hatte sichtlich gute Laune. Ich freue mich riesig, dass auch so viele gekommen sind. Und es macht auf jeden Fall Spaß, die Kinder auch eine Freude zu bereiten und mit denen Fotos zu machen und auch Unterschrift zu geben. Stunden zuvor konnten die Knappen-Kids den Grimberger Hof in der Zoom-Erlebniswelt besuchen. Leckeressen für die Kinder und Erwachsenen und bei der Fütterung von Protestschweinen, Moorschnucken, Esel und Co. für die Tiere. Mika war vor dem Abend so aufgeregt, dass er nachts nicht schlafen konnte. Denn das absolute Highlight war für ihn unser Maskottchen. Hast du dir ein Autogramm geholt? Da ist der Erwin drauf. Frohe Weihnachten! Weiß ist ja der Himmel nur, der Himmel nur blau und weiß ist unser Fußballgarnitur.